So ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Faktorio und ich wollte kurz mal gucken, hier oben brauchen sie Bauroboter, okay. Ich könnte hier einfach auch mal, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bevor wir den Beton machen, Bauroboter hier rein machen, ne. Und wenn die dann hier an die Seiten kommen, dann tun die das auch reparieren. Na, ich kann doch hier sowas rein machen, genau. Ah, nein, 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 weg, weg, weg. Ich will nicht alle weg machen, ich will ja selber auch noch welche behalten. Ja, wobei ich produziere ja gerade. So, und dann machen wir mal hier, nein, nicht 35, machen wir mal so. Das heißt nämlich, dann wenn hier was kaputt ist, und die haben hier eine Auslastung, die sie nicht haben. Geht das mit denen auch so? Ne, leider nicht, das wäre zu schön gewesen. Dann reparieren die das doch, oder? Mal gucken, da greift gerade einer an. Äh! Bei allem muss man sich hier durchkämpfen. Die Dinger, die sind halt auch echt immer riesig und brauchen so viel Platz. So. Und Strom wollen sie auch noch, und dieses und jenes. Oh, alles wollt ihr hier haben. So, das machen wir gerade noch fertig. Wenn jetzt hier was repariert werden muss, holt der dann automatisch die Sachen dahin. Das wäre ja super. Ist da hier Holz im Weg. Ausschwärmen. Hier ist voll die Schwachstelle. Die können wir aber mal noch ändern, finde ich. Weil wir ja jetzt Klippensprengstoff haben. Dann können wir nämlich hier das hier ganz anders legen. So. Ach, nö. Das ist jetzt doof. So, hier musst du hin. Und hier musst du hin. Und du kannst weg. So. Äh. So, du wolltest doch aufstromen. Du wolltest doch aufstromen. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Machen das kurz. Und dann, und dann machen wir den Beton. Versprochen, versprochen. Das hier brauche ich nämlich. Genau. So. 14 Stück. Hä? Braucht Baurebotter. Achso, hier. Ja. Bischön. Das ganze Holz. Und da wird angegriffen. Na toll. Na toll. Ähm. Das heißt, das machen wir hier auf jeden Fall mal noch weg. Der Wald muss weichen. Die kommen da auch darüber. Das ist super. Das sieht aus hier. Der Wald ist gewichen. So, das reicht. Du aber auch noch. Ne. Und du aber auch noch. So. So. Äh. Da da. Bapp. Bapp. Hier einmal noch ins Eck. So. Dann hier runter. Machen wir jetzt einfach so viele, wie wir haben was hier. Wieso macht der das nicht ganz? Weil ich keine Dinger mehr habe. Warten wir kurz. Hier wird schon wieder angegriffen. Aber easy. Alles verteidigt. Jetzt habe ich doch fünf gemacht, oder? Müsst ihr da doch das reparieren. Oder? Ach nee, die sind noch nicht fertig. Ja, das ganze Holz kann hier weg. Die Steine auch. Wieso repariert er das jetzt nicht? Wo sind die denn? Da. Keine Ahnung. Reißen wir den ab und bauen einen neuen hin. Keine Ahnung. So. Hier unten ins Eck noch ein. Hier rum. Da da ba ba. Da da ba ba. Stein im Weg. So, hier köpfen wir eigentlich auch mal, ähm. Irgendwie anders gestalten. Wenn wir schon dabei sind. So. 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 Meine können wir hier nämlich noch mehr hinbauen. Äh. Einmal nur so ein und einmal nur so ein. Und Strom gibt's auch noch. Die brauchen wir ja nicht mehr, oder? Doch, die brauchen wir tatsächlich. Okay. So. Fünf haben wir noch. Äh. Dann haben wir nämlich hier gut verbunden. So. Hier unten drunter, äh, drumrum müsste ich theoretisch auch noch machen, aber das lassen wir jetzt mal. Ich will jetzt mal anfangen mit dem Beton. So. Was machen die? Die wollen meine Sachen holen. Nehme ich stark an, oder? Sind sie hier rumgeflogen? Schön. Die fliegen mir jetzt alles hinterher und versuchen meine Sachen zu holen. Okay. Ja, ja, hier. Alle mal vollladen. Äh, so. Also. Wo war ich? Beton. Eisenerz war da unten, Wasser war da oben. Ziegelsteine gibt's hier. Deswegen machen wir einfach hier Beton. Fertig jetzt. Aus. Ne, ich wollte's hier machen, ne? Ähm. Naja, das fühlt sich doch. Also, Beton machen wir am besten in so einem. Ich würde sagen, wir machen zwei. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Oder ob wir da mehr brauchen. Äh. Ne. So. Davon brauchen wir auch noch. Ah, jetzt brauchen wir noch Eisen. Eisen, 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 Eisenplatten. Wie die dann um einen rumwuseln hier, ne? Schon cool. Äh. Davon. Junge, 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 Junge. Ich muss weiter. Ihr könnt auch hier unten hinfliegen. So, das reicht gar nicht hier. Um die drei auszulasten. Naja. Ähm. So, wir machen sie mal hier hin. Ah, es kann aber sein, wenn die Wasser brauchen, ne? Dass man da... Ah, hier ist ein oberer Anschluss. Das ist doof. Ah, den kann ich aber auch drehen, oder? Ja. Ja. Ah, ja. Perfekt. Das ist doch perfekt. Äh. Dann machen wir das nämlich hier auch. Ähm. So. Okay. Also, Eisenerz braucht ihr auch noch. Äh, das holen wir hier lang. Würde ich sagen. Und wie viel braucht ihr noch? Wo braucht er denn da immer von was? Nur ein Eisenerz und fünf Ziegelsteine. Okay. Ja, dann machen wir das mal so. Ähm. Wasser. Achso, das muss doch so laufen. Wasser holen wir von hier oben. Dann brauchen wir eine Pumpe. Und einiges an Rohren. Kriegen wir hin. So. Äh, davon. Ah, ich kann es einfach gedrückt lassen, gell? So, hier kommen wir jetzt so nicht durch. Ist ja klar. Wir müssen hier auch... so, ich will hier ankommen, im Grunde. Äh, langt nicht. So, wir müssen hier ein... äh... ein zweiter hier rüber. So, ist der Plan. Tipp, zipp, 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 zipp. Und... hier hin. Na, komm schon. Gib mir noch ein paar Rohre. So. Ich will hier rohre verlegen. Und es reicht nicht ganz. Das finde ich so toll. Aber das macht mir gar nichts. Machen wir es so rum. So. Ähm. Ja, wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich die da nicht raus machen, gell? Das ist voll blöd. Der Beton muss ja irgendwie hier rauskommen. Kann ich den jetzt mit so einem Greifer? Kann ich den jetzt hier... Nee, das langt nicht, gell? Ich muss das so machen. Äh. Also, wenn ich den jetzt hier raushole... Und sag, mach mir mal auf das Band hier. Eigentlich sammle ich... muss ich den ja eh sammeln hier unten irgendwie. So. Da muss ich halt sagen... So. Ist das blöd, ne? Aber geht nicht anders. Hm. Ist nicht schön, aber muss wohl so sein. Äh. Äh. Eisenherz brauchen wir noch hier. Eisenherz soll hierhin kommen. So. Und das holen wir uns von hier unten. Das wird auch ein langer Weg werden. Ähm. Oh, da oben ist fetter Angriff gerade. Oh, und da wird sogar was beschädigt. Jetzt ist echt die Frage... Machen... Reparieren die das? Das wäre ja top. Ja, so weit ist der Weg gar nicht, gell? Es geht eigentlich. Ähm. So, das müsste doch völlig ausreichen, ne? Glaube ich. Was mache ich denn? Da oben ist doch direkt, äh, Strom, ne? Ja. Manchmal ist man aber auch hier komplett blöd. Oder? Ist das dann da angeschlossen? Ne, ne? Ich muss hier dran. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Umspannwerk. Du. Und dann noch so. Und dann noch so. So, der kann eigentlich hier dran weiterlaufen, ne? Hier rüber und so weiter. Äh, das geht, das geht, das geht. Oh, sind wir jetzt tatsächlich die Dinger ausgegangen? Die guten, guten Fließbänder. Na, kommt wieder her. So, ich will jetzt mal gucken, ob die das eigenständig jetzt da oben repariert haben, während ich hier noch Fließbänder hole. Das war doch hier die Ecke. Und da müsste jetzt doch einiges beschädigt sein. So, guck an. Blaue gibt es jetzt genug. Jetzt fehlen die Dealer. So, hier ist nichts beschädigt. Das heißt, die haben das wirklich repariert. Sehr schön. Das funktioniert ja so, wie ich das gern hätte. So, das heißt, wir müssen uns demnächst um die Lila kümmern. Kein Problem. So, holen wir uns erstmal wieder ein paar Fließbänderchen. Ja, ich könnte auch rote nehmen, aber für das brauche ich jetzt wirklich keine roten eigentlich nehmen. Und eigentlich will ich die nachher auch eher weiterverarbeiten zu den blauen. Und dann hier am besten alles, was geht, austauschen. So, hier müsst ihr durch. Dann. Äh, so. Da müsste das doch jetzt irgendwo sein. Ja, perfekt. So. So. So ist der Plan gewesen und er funktioniert. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Äh, eins von denen noch und dann gibt es eine Kiste. Hier stellen wir doch auch noch so eine Kiste hinkommen. Ja, da sind wir auch mittendrin. Komm, du kannst hier eigentlich hin. Das muss gar nicht so weit laufen. So. So, und dann haben wir eine Lagerkiste und da wird Beton gemacht. Wir brauchen nämlich vier Kernreaktoren, weil die nebeneinander effizienter sind. Und dann brauchen wir den Wärmetauscher, aber zuerst brauchen wir die Zentrifugen. Und dann brauchen wir da unten noch das Uran, das wir abbauen. Die Wärmeleitungen zum Wärmetauscher und die treiben dann die Dampfturbinen an. So ist das nämlich. Genau. Zu 99% kommt nämlich Schrotturan und zu 0,7% kommt eigentlich nur das Uran, was wir brauchen. Außer, wir haben diesen Prozess hier. Dann läuft das anders. So, achso, wir müssen ja noch hier, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, hier, äh, bitte schön. So, jetzt haben wir wenigstens mal Beton. Oh, das geht aber auch, oh Gott, geht das langsam. Ne, da reicht, da reicht mir hier aber zwei Stück reichen mir hier nicht, sorry. Da brauchen wir mehr. Sonst sitze ich da ja ewig, bis wir da Beton haben. Da bauen wir mal mindestens mal fünf. Erstmal. So. Ach, schon wieder Charakterinventar ist voll. Montagemaschine kann nicht aufgenommen werden. Wo ist die denn jetzt? Äh, hier, guck mal, das brauchen wir nicht. Hier ist noch Holz. Eins von denen brauchen wir auch nicht. Das ganze Zeug hier, was? Nimmt alles nur Platz weg. Das hier, äh, hier haben wir noch einen Logistikroboter. Äh, das hier brauchen wir auch nicht. So. Jetzt nochmal schnell zurück. Haben wir jetzt eine Montagemaschine gebaut. Jetzt brauche ich aber noch... Die Karzifizik. So. So. Und das nächste Mal, Leute, bauen wir hier unsere Betonmaschinerie noch weiter aus. Ich sag mal, macht's gut. Bis dann. Bis sehen. Bis dann.